Was geht ab liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NotamMA. Cyril Gahn hat auf seine miserable Performance gegen Jon Jones reagiert. Ich meine Freunde, ich meine wirklich miserable Performance. Er hätte glaube ich nicht einen Schlag landen können, außer diesen Tieftreffer direkt am Anfang bei Jon Jones. Selbst im Stand sah es so aus, hätte Jones ihn schon komplett kontrolliert. Er hat ihn durchs Oktagon gejagt und hat in diesem Sinne wirklich genau das gemacht, was er wollte. Er hat sich direkt in die Mitte des Oktagons gekreilt, hat ihn an den Cage gepresst und hat dann auch easy den Takedown sichern können. Cyril Gahn hat hier darauf reagiert. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, Freunde. Ich halte euch immer auf den neuesten Stand. 62% von euch haben mich genau nicht abonniert. Macht dies gerne und schaut bei ESN vorbei. Mit dem Code NOTIME könnt ihr mich supporten. Cyril Gahn war komplett enttäuscht von sich selbst. Ich sage euch ehrlich, man hat noch nie so eine schlechte Performance von Cyril Gahn gesehen und deshalb denken jetzt viele Leute irgendwie, das Ding war gekauft oder sonst irgendwas. Also ich habe das nicht ansatzweise gedacht. Ich habe nicht mal beim Schauen gedacht, ja das war zu leicht, das war gekauft. Ich dachte mir einfach, Jon Jones war verdammt nochmal zu gut. Also ich meine, er hat sich super professionell den Rücken geschnappt von Cyril Gahn, hat ihn dann zu Boden gebracht, hat ihn dann kontrolliert mit einem Takedown, den er auch mit Henry Suhudo sehr, sehr lange einstudiert hat. Das hat Suhudo jetzt auch im Nachgang enthüllt. Ja und konnte ihn dann so kontrollieren, konnte die Hooks reinmachen und sich dann einfach direkt auf ihn setzen und hat ihn erstmal mit Schlägen bearbeitet, bisschen genervt, konnte zur Guillotine gehen und ey, Cyril Gahn sagte, ich habe erstmal versucht daran zu arbeiten, dass er nicht meinen Rücken bekommt. Daran bin ich gescheitert. Dann musste ich mich umdrehen in Richtung Cagewall, um dann so langsam wieder aufzustehen. Aber als er sich dann auf mich gesetzt hat und sich schwer gemacht hat, habe ich einfach keinen Stich mehr gesehen und ja, ich weiß einfach nicht genau, was da passiert ist. Ich verstehe es einfach nicht und ja, also die Hand-OP oder dass ich weniger Zeit hatte in Bezug auf die Vorbereitung wegen der ganzen Operation und weil ich im September erst gekämpft habe und so weiter, das hat gar nichts damit zu tun. Klar macht immer mehr Vorbereitungszeit vielleicht einen Unterschied, aber ich war einfach nicht ich an diesem Abend und das, also ich schäme mich wirklich dafür, wie ich performt habe und ich bin einfach wirklich extrem sauer auf mich selbst. Das ist für mich auch meine erste Niederlage, die Niederlage, die ich gegen Francis Ngannou bekommen habe im letzten Schwergewichtstitelkampf. Die zähle ich gar nicht mit, weil ich meiner Meinung nach da der bessere Fighter war, aber hier wurde ich einfach komplett zerstört, komplett dominiert und darauf habe ich auch keine Ausreden oder keine Antworten. Wir werden zurück ins Training gehen, werden weitermachen und werden versuchen dann wieder auf die Spitze zu kommen. Er sagte auch, Stipe Miljicic gegen Jon Jones ist ein super Fight, werde ich mir anschauen und ja ey, Sir Ragan ist classy in Defeat, er ist auf jeden Fall bodenständig, sucht keine Ausreden, ist einfach sauer auf sich selbst, weiß selbst nicht, was mit sich los war und ich sage euch, Jon Jones war einfach zu gut. Schreibt mir auch immer in die Kommentare, was sehnt ihr über das Ganze, lasst ein Like und Abo da, bis zum nächsten Mal hier bei NoTime MMA. gucke